Hallo Freunde, wir gucken uns heute wieder eine Partie an zwischen zwei 1800er-Spielern, etwas mehr. Ich nenne die Namen aber nicht, denn sie sind nicht bei uns in der Community und ich möchte ja auch niemanden angreifen. Darum geht es ja nicht. Aber durch die ganze Partie hat sich so ein, naja, also mir ist sofort irgendwas aufgefallen, nämlich Utere Tempore. Und wer Latein schon mal in der Schule hatte oder der weiß vielleicht, was es bedeuten soll, vielen Dank an der Stelle schon mal an den Great Master, der mir bei der Übersetzung ein bisschen geholfen hat. Und was das bedeutet und was das mit der Partie zu tun hat, das schauen wir uns jetzt an. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir schauen uns eine Partie an aus einer Schnellschachpartie. Schnellschachpartie, 10 Minuten plus 0 und ihr seht es auch am Brett, unten rechts die weiße Uhr, oben rechts die schwarze Uhr. Was aber bedeutet jetzt Utere Tempore? Und wir haben nach bestem Wissen und Gewissen versucht zu übersetzen. Denn gemäß Carpe Diem nutze den Tag. Utere Tempore nutze die Zeit. Und zwar jetzt nicht die Zeit des Lebens oder sonst irgendwie, sondern nutze die Zeit, die du für die Partie noch zur Verfügung hast. Und wir schauen mal, nach dem ersten Zug hat Schwarze noch 5 Minuten, weil er berserk hat. Das kennen wir. Aber weiß hat 10 Minuten. So, und wir haben also 5 Minuten Vorsprung. Und wir können also, wenn es mal zu kritischen Stellungen kommt, ruhig auch mal ein paar Sekunden nachdenken, Freunde. Nutze die Zeit, ja? Utere Tempore. Und das hat Weiß hier in dieser Partie, kleiner Spoiler, nicht immer optimal beherzigt. Und genau, darum soll es mal gehen. Wir schauen mal. Zunächst einmal folgen wir einer relativ normalen Eröffnung, dem Damen-Gambit. Das kennen wir auch. Da wollen wir nicht zu viel in der Theorie reingehen. Dieses C6, dieses Triangelsystem. Jetzt kann man hier mit Weiß sicherlich viele spielen. Dieses E3, dieses Antimeran oder so heißt das, glaube ich. Diesen Bauern sofort decken, damit er gar nicht erst in Gefahr gerät. Man kann hier aber auch Sprenger F3 spielen. Den spiele ich selber auch sehr gerne. Oder habe ich zumindest früher gemacht. Heute würde ich wahrscheinlich eher an diesem E4 rumprobieren, dieses Marshall-Gambit. Aber gut, sei es drum. Sprenger F3 auch, guter Zug. Jetzt muss man natürlich hier mit diesem D-C, wir gucken uns mal eben eine ganz kurze Variante an. Wenn ihr den hier nehmt und nach E3 kommt B5 und nach A4 Läufer B4, dann landen wir im Noteboom, in der Noteboom-Variante. Aber weil wir ja hier die Theorie jetzt nicht ausgraben wollen. Gehen wir wieder zurück zur Hauptvariante. Denn Schwarz spielt einen anderen Zug, F7, F5. Und damit ist der Stonewall gegeben, der durch diese Bauernstruktur hier gekennzeichnet ist. Schwarz hat also, wir können ohne jetzt zu viel Theorie machen zu wollen, wir können die nächsten, naja, paar schwarzen Züge mehr oder weniger schon erahnen. Der Springer soll von G8 nach F6 und auf dieses starke Feld E4. Der Läufer von F8 soll nach D6 und dann hier Richtung König gucken. Und nach der Rochade soll der Turm eben über F6 und dann hier irgendwie Richtung Angriff geführt werden. Und dann möchte Schwarz einen Angriff starten. Und das sind so die Postkarten, die Schwarz quasi mit diesem Zug hier vorausschickt. Und Weiß kennt die Theorie nicht. Okay, das ist ja jetzt kein Vorwurf. Spielt C mal D. Der Hauptzug hier, da können wir mal eben eine ganz kurze Variante und ganz kleinen Peak in Theorie werfen, ist, dass Schwarz hier Weiß Läufer F4 spielen sollte. Und wer eben genau hingeguckt hat, sieht, dass sich das gegen diesen Plan mit Läufer D6 richtet. Denn wenn, zum Beispiel nach solchen Zügen, der Läufer nach D6 geht, können wir den eben tauschen und damit diesen gefährlichen Angriffsläufer gegen unseren König entfernen. Zweitens ist der schwarz-felderige Läufer ja auch der gute schwarze Läufer gewesen. Sprich, Schwarz bleibt mit seinem schlechteren weiß-felderigen Läufer über. Weil er ja hier eben entsprechend hinter diesem Bauern steht. Und jetzt könnte man natürlich auch noch Varianten zeigen und so weiter. Aber brauchen wir gar nicht. Dieses Läufer F4 gilt als, naja, Widerlegung ist übertrieben, aber die Schwarzbücher zum Beispiel empfehlen diesen Zug F7, F5 nicht, wenn Weiß noch dieses Läufer F4 spielen kann. Okay, gehen wir wieder zur Hauptvariante, hier nach diesem F5. Und Weiß schlägt auf D5. Das ist kein guter Zug. Denn, also wir wissen ja grundsätzlich, also wir züge jetzt kein Spielenscheinender Fehler oder so, aber wir wissen natürlich grundsätzlich, der Meister lässt schlagen. Oder wir schlagen nur, wenn wir konkret selber einen eigenen Vorteil davon haben. Und hier schlägt Schwarz natürlich mit dem E-Bauern. Und das hat dann den Vorteil für Schwarz, dass dieser Läufer hier auf einmal so ein bisschen freier wird. Ja, wenn dieser Bauer mal vorrückt, ist dieser Läufer ganz frei. Also durch diesen Tausch hier auf D5 hat Weiß konkret nichts erreicht. Aber Schwarz hat ein kleines bisschen was davon. Und deswegen ist dieser Tausch einfach nicht gut. Okay, Läufer D5. Das ist gut, der ist ja gedeckt. Und jetzt möchte Weiß diesen Läufer rausbringen, bevor er E2, E3 spielt. Diese Kette hier aufbaut. Und diesen Läufer vorher rausbringen. Das ist gut. Springer F6, okay. E2, E3. Zack, Läufer D6. Da ahnen wir es schon, der Läufer kommt hier hin. Okay, aber noch ist alles, noch nichts Großes passiert. Auch wir können unsere Figuren weiterentwickeln. Das ist alles gut. Schwarz rochiert. So, jetzt sollten wir mit Weiß hier vielleicht auch einfach mal die Rochade machen. Was Weiß jetzt macht, ist H2, H3. Und ich habe diesen Zug so grundsätzlich schon so oft kritisiert. Und für alle, die vielleicht neu auf meinem Kanal sind, ja, schaut euch gerne nochmal zum Beispiel dieses Video an mit dem, immer derselbe Fehler. Dass man nämlich mit so einem Randbauernzug so eine Angriffsmarke schafft, wo der Gegner ja auch angreifen kann. Entweder mit einem Bauernsturm, ja, dass hier irgendwie Linien geöffnet werden. Oder dass potenziell hier vielleicht mal Läuferopfer entstehen und dadurch automatisch, wenn wir kurz rochiert haben, unsere Königstellung in Gefahr gerät. Also solche Züge wie H3, weiß ich, weiß ich regelmäßig darauf hin, ja, versucht die zu vermeiden. Es währt nichts ab, es entwickelt keine Figur, es schwächt sogar. Also, gar nicht gut. Okay, Schwarz spielt Dame E8. Und jetzt sollten bei uns so zumindest die Alarmglocken so von der praktischen Seite angehen. Dieser Springer ist jetzt entfesselt. Die Dame selber möchte jetzt hier irgendwie Richtung Königsflügel gehen. Und spätestens jetzt sollte die Postkarte doch bei uns ankommen, dass wir hier wirklich, naja, uns verteidigen sollten. Also in den Verteidigungsmodus übergehen sollten. Schwarz steht jetzt beileibe nicht auf Gewinn oder sowas, überhaupt nicht, ja. Aber rein mental schon mal vorbereiten, dass Schwarz jetzt hier angreifen wird. Okay, wir gehen mal aus, ja, außerdem ist jetzt hier auf der E-Linie noch, jetzt rochieren wir, das ist gut. Aber, weil auch eben entsprechend dieser Springer entfesselt ist, hüpft der jetzt hier rein. Und jetzt haben wir das Problem, wir können jetzt hier schon quasi nie diesen, noch nicht zumindest diesen Springer schlagen, weil dann der schwarze F-Bauer zurückschlägt und diesen Läufer hier so richtig frei macht, ja. Und auch die F-Linie würde aufgehen, da würde massiv Druck durch den Turm hier entstehen. Das heißt, wir kriegen diesen Springer E4 nicht beseitigt. Und dieser Springer selber greift da hier den G5 an, der hat hier ein bisschen Druck auf diesen Feldern, steht einfach sehr gut da. Okay, Weiß reagiert aber noch sehr gut. Wir sehen, er hat noch recht schnell gespielt und spielt jetzt hier mit 20 Sekunden Nachdenken Läufer F4 einen Zug, der nicht schlecht ist. Denn ich möchte ja diesen Angriffsläufer tauschen. Jetzt sagt er, Moment, Schwarz kann doch hier auf F4 schlagen, was auch geschah. Und ich habe jetzt hier so einen Doppelbauer. Aber, und naja, es ist immer die gleiche Thematik, ja. Dieser Doppelbauer hat durchaus auch Vorteile. Denn Weiß hat jetzt dieses Feld E5 hier sehr, sehr zuverlässig gedeckt. Kann also mit seinem Springer wunderbar hier nach E5 reinhüpfen irgendwann. Außerdem, dieser F-Bauer von Weiß blockiert diesen F-Bauern von Schwarz. Das heißt, er kann nie so richtig vorziehen. Und von daher, sieht nicht schön aus, aber nicht nicht. Lehrbuch optimal, aber überhaupt kein Problem. Und Schwarz, ja, schickt hier quasi die Postkarten voraus. Ich will dich matt setzen. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen überlegen, was machen wir. Springer E5 ist sicherlich noch ein normaler Zug, ja. Auch Springer ins Zentrum reinstellen. Und wenn wir irgendwann mal hier auf E4 schlagen wollen würden, dann wäre das dann eben nicht mehr mit einer Gabel verbunden, sondern weil der Springer weg ist, ja. Von daher Springer E5 auch noch ein guter Zug. Der Turm geht hier rüber. Hm, okay. Weiß reagiert aber sehr gut. Und auch dieses, ja, und jetzt haben wir wieder, ihr seht, wir haben noch neun Minuten und wir sind unter Druck. Also jetzt noch nicht objektiv, aber so mental vielleicht. Und ultere Tempore. Nutze die Zeit, überlege dir, wie will ich mich jetzt weiter aufbauen? Was sind die schwarzen Züge? Wie kann ich mich dagegen wehren? Lieber jetzt zwei, drei Minuten. Es mag übertrieben sein, aber lieber ruhig mal reingucken und die Zeit nutzen, als am Ende matt sein und noch zehn Minuten auf der Uhr zu haben. Das ist immer ganz bitter. Weiß entschließt sich dazu, den Springer zur Verteidigung dazu zu holen. Guter Zug. Wunderbar. Springer D7. Der Springer geht nach D3. Wenn Schwarz den tauscht, gut, schlagen wir den zurück, dann ist Schwarz immerhin diesen Springer auf E4, diesen Angriffsspringer los. Schwarz tauscht stattdessen auf E5. Weiß tauscht mit dem D-Bauern zurück. Und wir schauen mal eben, wir können mal eben überlegen, mit diesem D-Schlagen bedeutet, dass Schwarz hier so einen Freibauern für den Spiel enthält oder er hält. Ich glaube nicht, dass er den jetzt im Mittelspiel schon groß nutzen wird, weil er sich ja hier komplett auf den Angriff kristallisiert hat. Oh, Moment, wir müssen die als Variante, wenn wir jetzt nämlich F schlägt E mal schauen. Das ist so der normale Zug. Und wenn wir jetzt vielleicht noch irgendwann, wie auch immer, hier diesen Springer gedeckt kriegen und vielleicht F2, F4, diesen Bauern gedeckt halten, sieht ja alles vernünftig aus. Aber hier gibt es eben die kleine Problematik, dass Schwarz, Entschuldigung, Dame G6 spielen kann, die Dame zum Königsflügel rüberholt, den E4 mitdeckt und wenn wir jetzt irgendwie so einen 0815-Zug machen, hat Schwarz die zusätzliche Möglichkeit, mit F5, F4 zu spielen. Und das ist ein Zug, der nur möglich war, weil wir unseren F-Bauern hier bewegt haben und damit diesen Bauern mobil gemacht haben, den F5 und damit auch gleichzeitig diesen Läufer hier jetzt aktivieren. Und jetzt hängt der Springer hier und naja, wenn der hier schlägt, stehen hier zwei sehr unangenehme Gesellen. Der Läufer ist angegriffen, es drohen F4, F3-Geschichten mit Mattdrohungen, diese Opferdrohungen, ja und, und, und. Ihr seht, alle schwarzen Figuren sind im Angriff. Das macht natürlich alles gar keinen Sinn. Und deswegen, gehen wir hier nochmal zurück, ist D mal E tatsächlich auch der bessere Zug, um einfach die dynamischen Möglichkeiten des Schwarzen rauszunehmen. Okay. Schwarz spielt trotzdem, da haben wir G6, alles klar. Und, naja. Es ist natürlich auch eine psychologische Sache, dass dieser Springer auf E4 hier schon so ein bisschen rumnervt. Keine Frage. Aber jetzt muss man immer wieder gegeneinander abwägen. Steht dieser Springer so unangenehm? Oder würde, wenn ich jetzt hier auf E4 schlage und F schlecht E kommt, würde dieser Läufer hier mir unangenehmer sein? Und da muss man jetzt mal vielleicht ein, zwei Halbzüge im Voraus auch mal berechnen und überlegen, ja, was könnte ich hier überhaupt spielen? Ja, und so weiter. Und dann diese Stellungen miteinander vergleichen. Das kostet ein bisschen Zeit. Aber, ihr seht, wir haben noch 8 Minuten 30. Gutere Tempore. Die Zeit kann man sinnvoll nutzen, um mal kurz nachzudenken. Ja, vielleicht kann ich da mal E1 hier spielen und den G3 denken. Wäre eine Möglichkeit. Weiß hat hier aber auf E4 geschlagen und nach F schlecht E. Ja, jetzt sehen wir, jetzt ist dieser Läufer hier schon, diese Einschläge kommen näher. Okay. Weiß spielt König H2. Das ist ein guter Zug, um diesen Punkt H3 zu überdenken. Sehr gut. Läufer E6. Schwarz entwickelt. Die letzte Figur möchte den Turm vielleicht noch dabei holen. Alles gut. Und jetzt auch hier wieder. Wir haben noch 8 Minuten. Kommt ein ganz, ganz wichtiger Zug, den wir vielleicht mit Weiß, kennen sollten wir ihn sowieso. Aber wir hatten ihn beim letzten Livestream, glaube ich, oder beim vorletzten. Müsst ihr nochmal schauen. Ich versuche das nochmal zu verlinken. Da hatten wir auch so eine ähnliche Konstellation mit Stonewall ähnliches, wenn Schwarz hier auf E4 schlägt. Und dieser E4 ist ja auch so ein bisschen nervig, weil er hier Felder wegnimmt. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, diesen E4 auch relativ schnell zu entfernen. Und dafür, wir gucken mal eben eine kurze Variante, wäre so ein Zug wie F2, F3 hier gut gewesen. Einfach um diesen zu entfernen. Und wenn der hier schlägt, dann können wir ja immer noch mit dem Turm zum Beispiel schlagen. Dann würden wir den Springer überdecken, die dritte Reihe zusätzlich überdecken. Wir würden die F-Linie aufmachen, dass wir selber vielleicht mal irgendwann F4, F5 drohen könnten und, und, und. Und dieser Bauer hier auf E4 steht eben nicht mehr da. Das wäre so grundsätzlich eine gute Sache für Weiß, dieses F2, F3. Und ich möchte es jetzt nicht zu oft wiederholen, aber wir achten mal drauf, in den nächsten vier, fünf Zügen könnte Weiß quasi bei jedem Zug diesen F2, F3 spielen. Und das wäre quasi fast immer gut gewesen. Hier hat Weiß Dame B3 gespielt und versucht jetzt hier den B7 anzugreifen. Ja, natürlich, ein Gegenangriff ist natürlich psychologisch gut, weil wir den Gegner auch beschäftigen wollen und wir wollen ja auch was zu tun haben. Wir müssen ja auch irgendwie irgendwas zu tun haben. Einfach nur hinten drinstehen ist ja auch nicht jedermanns Sache. Andererseits muss man natürlich auch aufpassen, wenn man hier anfängt, mit die Dame irgendwie auf B7, auf Fische fangen zu schicken, ob die nicht sehr weit entfernt ist von der Verteidigung des eigenen Königs. Schmaler Grad, denn manchmal fehlt die Dame einfach. Und wenn unser König matt ist, nutzt uns jeglicher Materialvorteil nichts. Okay, immerhin in der Partie, also Dame B3 ist jetzt nicht so schlecht, weil er könnte hier immer noch über die dritte Reihe mithelfen. Das geht also noch. Schwarz hat sich dann nach relativ langem Nachdenken zu B5 entschieden. Sicherlich ein grenzwertiger Zug, denn der C6 wird jetzt schwach. Jetzt kann ich hier über die C-Linie diesen Bauern vielleicht mal irgendwann angreifen. Also natürlich F3 hier auch wieder jederzeit möglich oder gut. Schwarz spielt damit C3, um auf diesen C6 zu gehen. Warum nicht die letzte Figur? Der Turm hat es ja noch gar nicht bewegt. Dafür haben wir die Figuren doch, damit wir mit allen Figuren spielen. Wir drohen auch auf C6. Der Turm kann auch im Zweifelsfalle mal über die dritte Reihe hier an der Verteidigung mithelfen. Ja, je mehr Figuren wir im Spiel haben, desto mehr Möglichkeiten haben wir. Wir gehen wieder in die Variante. Er hat Dame C3 als Hauptvorsetzung gespielt. Okay. Schwarz deckt diesen Bauern. Okay, und jetzt B4 sieht nach einem guten Zug aus. Er legt diese Bauern hier auf den weißen Feldern fest und versucht jetzt hier die schwarzen Felder zu blockieren. Das gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Allein nur schon für den Fall der Felder, wenn man gar nicht aufpasst, wenn Schwarz hier anfängt, diese Bauern zu mobilisieren, dass sie hier auf einmal in Wannung geraten. Das wollen wir natürlich auch nicht. Deswegen B4, guter Zug. Dame F7, okay. Dame E3, ja. Deck diesen Bauern. Das war die Drohung natürlich. Turm H4, greift den wieder an. Ja, wir decken den. Viel können wir ja nicht machen. Dame F5, okay. Jetzt sehen wir natürlich wieder, oh, die beiden Figuren. Das ist immer so der Leitfaden des schwarzen Angriffs. Er möchte hier irgendwie unseren König, ja, die Bauern den Schutzwall vor unserem König zerstören und da vielleicht mal auf Angriff spielen. Okay. Aber es droht nichts Konkretes. Die Dame deckt den, die Dame deckt den. Das heißt, wir haben, wir haben Zeit, um uns zu belegen, was können wir noch machen. Und da kam Weiß mit einem sehr guten Zug um die Ecke, nämlich mit dem Zug A4. Greift diese Bauernkette an, dass die zumindest, sag ich mal, wenn hier getauscht wird auf B5, dann würde der D5 schwach werden. Wenn die A-Linie geht auf, dann würde der Turm hier zumindest doch wieder gut stehen, obwohl er noch gar nicht bewegt wurde. Von daher, guter Zug, A4. Dame H5, okay, macht die Läuferlinie frei, aber das ist auch alles. Wir tauschen auf B5, gute Sache, A mal B. So, und jetzt schaut mal auf die Uhrzeiten. Wir haben mit Weiß noch 6 Minuten und 12 Sekunden. Und Schwarz spielt ja schon seit einigen Zügen hier drumherum auf dem Flügel, aber so richtig droht nichts. Was würde aber passieren? Und auch hier wieder gutere Tempore, nutze die Zeit. Wir brauchen doch nur quasi einmal, das haben wir jetzt hoffentlich auch ausreichend festgestellt, diese einzige Drohung, die Schwarz hat, hier irgendwie auf H3, die müssen wir im Auge haben. Das ist der schwarze Plan. Wir können also alles machen, was nicht diesen H3 vernachlässigt. Wir können hier den Turm wegziehen, wir können ihn auf eine Linie stellen, ja, whatever. Wir können den Springer hier vielleicht sogar überlegen, Richtung, Richtung Verteidigung wieder zu holen, weil es die Dame angreift und so weiter. Also wir haben diverse Ideen. was wir nicht machen sollten, ist zum Beispiel die Dame jetzt hier mal so irgendwo entfernen, nur um hier irgendwie auf Bauanfang zu gehen und dann würde dieser Punkt H3 in Gefahr geraten. Und jetzt könnt ihr mal ganz kurz abschätzen, sechs Minuten zwölf, hat Weiß auf der Uhr und er spielt Turm schlägt A7 nach 20 Sekunden. Jetzt ist klar, dass Schwarz wahrscheinlich diesen Turm schlägt, was er auch gemacht hat und jetzt werden wir gezwungen, mit der Dame zurückzuschlagen. Und nur aufgrund eines für einen Bauern sozusagen, ja, für einen naja, nichtsnutzigen Bauern ist vielleicht übertrieben, aber so viel kann dieser Bauer gar nicht wert sein, dass unser König darunter leiden müsste. Und wir müssen jetzt mit der Dame natürlich auf A7 schlagen. Ja, und jetzt könnt ihr natürlich dreimal raten, was Schwarz spielen wird. Und ihr habt gesehen, Weiß hat die Zeit nicht optimal genutzt und Schwarz, Bäm, haut hier auf H3 rein. Puh, aber jetzt, jetzt kann man ja die letzten fünf Minuten, die man jetzt noch hat, fünfeinhalb Minuten, wieder nutzen, um konkrete, sinnvolle Varianten zu entwerfen. Okay, wir schauen mal, in der Partie kamen da mal A8, das gucken wir gleich. Gucken uns mal ein paar Varianten an. Was ist, wenn der Bauer hier diesen Läufer schlüge? Nun, dann kommt natürlich der Turm, jetzt ist der König hier offen wie ein, ne? So, und wenn er zurückgeht, kommt hier unten Schach und dann kommt hier ein Schach und dann ist Schachmatt. das geht schon mal schon mal nicht. Was wäre, wenn hier G2, G3 kommt, um die G-Linie zu verschließen oder geschlossen zu halten und vor allem ein Tempo auf diesen Turm zu bekommen, dass wir beim Abzugschach den Turm schlagen können. Nun, dann würde Schwarz hier mit Dame F3 fortsetzen können und einfach matt drohen auf G2. Wir achten gleich mal drauf, dass jegliches Schach von der weißen Dame ein großes Problem hat. Nämlich, dass wenn wir jetzt wo auch immer Schach geben, der Läufer sich dazwischenstellen kann und gleichzeitig natürlich hier auch so ein Gegenangriff kreiert wird. Nur so rein von die Ideen müssen wir uns natürlich merken. Ähm, wenn weiß dieses matt hier auf G2 abwehren will, dann folgt aber, zieht der Läufer einfach weg. Jetzt droht hier Schach und das mattbild auf H1 von Dame und Turm kennen wir und wenn der Turm geschlagen wird, Dame H3 Schach matt, weil der König nicht über G1 fliehen kann. So, wir haben schon mal einige Unangenehmlichkeiten angedeutet. Gucken uns hier nochmal diese Variante an, denn hier könnten wir jetzt auf Läufer C8 tatsächlich diesen Turm hier schlagen und jetzt wäre das Feld G1 noch frei und Schwarz hat keinen Dauerschach, weil unser Springer dazwischen ziehen kann und dann würden wir mit Weiß gewinnen tatsächlich. Müssen wir hier nochmal zurückgehen. Das heißt, hier in dem Fall müsste der König wirklich irgendwie rausrennen, auch wenn jetzt zum Beispiel dieser Bauer weg ist. Ähm, aber dann könnten wir mit Läufer E6 eben die Dame angreifen. Wir gewinnen den Turm, aber verlieren die Dame. Eieiei, auch nicht so gut. Ähm, was ist mit diesem Schach hier? Dann rennen wir nach vorne und wenn noch ein Schach kommt, dann rennt der König noch weiter vorne und jetzt hat die Dame kaum noch einen Schach. Eins noch hier und dann kommt G6 und dann hat sie es ausgeschacht für die Dame. Der König ist da vorne gerannt, sieht ein bisschen merkwürdig aus, ja, aber es droht natürlich immer noch dieses Mat auf G2 mit Abzug Schachs zum Beispiel hier und so weiter und so fort und deswegen gewinnt Schwarz hier auch in dieser Variante. Also ihr seht, wie gefährlich das ist. Das muss man alles durchrechnen. Wir gehen wieder in die Hauptvariante. Das muss man alles berechnen und das kostet ein bisschen Zeit, aber wir haben die Zeit, nutze die Zeit und jetzt achtet mal auf die Zeit, 5 Minuten 48 und weiß, kommt auf die Idee, wir spielen hier einen Schach und das nur 10 Sekunden nachgedacht und ist dann hier nach Läufer C8 Schach König hat ein Problem. Geht er nach G3 kommt Dame G4 und geht er hier zurück nach G1 würde Turm H1 auch mit Matt folgen. Ja und das war natürlich ein Problem. Das heißt weiß hat hier die Partie, weil er einfach seine Zeit nicht genutzt hat, einfach weggeschenkt. Denn wer hier noch mal genauer reinguckt, sieht, dass selbst hier noch eine Verteidigung möglich ist. Nämlich wir gucken uns die Variante an, der Zug Springer G3 der greift nämlich die Dame an und vor allem ganz wichtig der deckt dieses Feld auf H1. Unsere Dame steht auf einem schwarzen Feld, was auch gut ist, damit der Läufer von H3 uns hier nicht angreifen kann. Und wenn der jetzt hier irgendwo wegzieht, können wir eben nach G1 gehen und jetzt ist hier kein Matt und der Springer auf G3 kann auch nicht vertrieben werden. Er kann nicht geschlagen werden, nicht von den Bauern vertrieben werden und dann hätte Weiß einfach einen großen Vorteil. Danach kann er immer noch überlegen, wie er Schacht gibt oder auf die Bauern geht oder whatever. dann haben wir einen großen Vorteil und weil Weiß die Zeit aber nicht genutzt hat, wurde er hier matt gesetzt. So, ist das Video doch wieder eine Minute länger geworden als geplant, aber ich hoffe, die Ideen und die Varianten haben entschädigen dafür. Alles klar, Freunde, ich sage besten Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und wer noch mehr zu diesem Thema Wissenbild, der schaut sich gerne Links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.